Meine lieben Bücherfreunde, heute stelle ich euch ein Produkt vor, das die Buchwelt revolutionieren wird. Jeder echte Buchliebhaber braucht so etwas. Ganz neu in unserer Produktpalette gibt es jetzt nämlich auch die extravaganten Buchhöhlen. Richtig, ein Blickfang für jeden, der gerne mal auf ein Buch schaut. Das Tolle an unseren besonders extravaganten Buchhöhlen ist, dass sie um jedes Buch passen. Ob Taschenbuch, Hardcover, Notizbuch, ganz egal, alles kann man damit einschlagen. Und natürlich haben wir eine große Bandbreite für unsere Produktpalette entwickelt, sodass für jeden etwas dabei ist. Zum Beispiel haben wir die moderne, minimalistische Ausführung, die in vielen verschiedenen Farben erhältlich ist. Das hier wäre zum Beispiel unser Mülltütenblau mit einem wunderschönen roten Band, das für jeden absolut unerlässlich ist. Natürlich darf bei unseren extravaganten Höhlen auch die kleine Portion Extravaganz nicht fehlen. Deshalb haben wir für alle hippen Leute unter euch die Sparkle-Variante. Das Besondere hier drin ist, sie knistert sogar ein bisschen beim in die Hand nehmen. Man hat hier also ein ganz anderes Gefühl beim Lesen, als wenn man ein einfaches Buch in der Hand hält. Hört ihr? Nun ja, und für alle Kuscheligen unter euch haben wir natürlich auch etwas. Ich garantiere mindestens drei Lagen, absolut kuschelig und schön zu streicheln. Das wäre unsere Feel-Good-Hülle. Sehr schön. Mit verschiedenen Mustern, je nach Saison und Einkauf unseres Designers. Diese hier gefällt mir besonders gut für den Frühling. Mit kleinen Schmetterlingen und Blümchen obendrauf. Nun ja, und wie das nun mal so ist, gibt es natürlich auch die Individualisten unter euch. Und für einen winzigen Aufpreis von nur 100 Euro können wir für euch die Höhlen auch individuell gestalten. Als Beispiel möchte ich euch einmal an der Sparkle-Höhle etwas zeigen. Und zwar haben wir hier einen sehr individuellen und wunderschönen Aufkleber, den wir direkt darauf platzieren können. So zum Beispiel. Ihr seht für jeden Buchliebhaber unerlässlich. Ihr habt also vielleicht ein Buch mit einem hässlichen Cover, wie dieses hier. Oder vielleicht ein Buch, das euch peinlich ist, bei dem nicht jeder sehen soll, dass ihr es lest. So wie dieses hier. Kein Problem mehr, wenn ihr euch eine dieser wunderschönen Höhlen kauft, wird keiner erfahren, was jemals da drunter steckt. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn ihr Angst vor Urheberrechtsklagen habt, wenn ihr ein Buch in die Kamera haltet. Diese Höhlen lösen jedes Problem, sind moderne Kunst, wunderschön anzusehen, praktisch und für jeden etwas. Deshalb schlage ich vor, dass ihr noch heute zuschlagt. Denn nur solange dieses Video zu sehen ist, gibt es meine besonderen Höhlen zu einem besonderen Preis. Für nur 99,99 Euro anstatt der sonst üblichen 200 Euro könnt ihr gleich bestellen. Und die ersten 10 Besteller, die bekommen sogar zusätzlich noch umsonst die individualisierbare Variante dazu mit einem Aufkleber ihrer Wahl aus dem Sortiment. Und falls ihr noch immer nicht von unserem Produkt begeistert seid, dann zeige ich euch ein paar zufriedene Kunden, die diese wunderschönen Höhlen bereits zu Hause haben. Ja, also ich möchte jetzt euch auch unbedingt meine beiden Bücher zeigen, die ich mir heute gekauft habe. Ich bin echt sowas von begeistert von den Covern. Ich bin in den Buchladen rein, habe es gesehen und musste es haben. Es hat mich so weggeflasht, wirklich. Also echt super schön und es glitzert auch so. Und der Soundeffekt, wenn man es in der Hand hat, ist echt überragend. Also echt total klasse. Ich bin total begeistert. Und dann habe ich mir natürlich den zweiten Band auch noch gleich dazu gekauft. Und der hat auch so einen schönen Glitzereffekt. Also wenn man das so gegen das Licht hält, dann schimmert es so schön. Und ach ja, ich halte es hier falsch rum. Könnte eigentlich so, dann lacht es sogar. Ist das nicht toll? Aber ich glaube eigentlich, das ist so ein ganz modernes Cover. Das ist so eine Art Malen nach Zahlen. Weil, wenn man das jetzt hier so verbindet, finde ich voll cool. Ha? Echt klasse, ne? Also super begeistert. Diese Cover müsst ihr haben. Sie können es vermutlich erahnen, ich gehöre nicht dem gemeinen Pöbel an. Von daher war ich sehr begeistert von der Möglichkeit, dass man seine Buchhüllen individuell gestalten kann. Ich muss ja nicht mit dem gleichen Cover rumlaufen, wie der ganze Rest der Menschheit. Das wäre mir zu ordinär. Daher habe ich mich für eine persönliche Version entschieden. Aus echtem Silber, mit einer echten Goldschleife. Eine besonders extravagante Variante, die sich natürlich nicht jeder leisten kann. Aber ich kann den Service nur weiter empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Buchhülle. Und ja, jeder, der es sich wert ist, sollte vielleicht eine bestellen. Also ich bin mit meinem Kopf echt zufrieden, denn die Kombination aus Müllsack und Socke, getragener Socke, ist ein echter Blickfang.